Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und im Abendrot kommen wir nach Haus. Johnny, der fühlt sich wie Christoph Kolumbus und hat sogar eine Wacht. Vor den Gefahren der christlichen Seefahrt warnt er mich vor jeder Fahrt. Das Küssen am Boot ist verboten, ich sage dir auch warum. Das Boot ist eine Konstruktion, die kippt beim Küssen um. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und im Abendrot kommen wir nach Haus. Wir haben keinen Segel und keinen Motor und keine Kumpisse, oh nein. Wir schaukeln mit Liebe und sehr viel Humor ins große Glück hinein. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Abendrot kommen wir nach Haus. Johnny ist mutig und stolz wie Lord Nelson, auch noch bei Windstacke 3. Frausen die Stürme und klätschert die Regen, ruft er verwegen. Und sollte die Luft uns entweichen, ja das nimmt er gerne in Kauf. Die Fahrradpumpe ist im Boot und er, er pumpt es auch. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Abendrot kommen wir nach Haus. La, 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 la. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017